Hallo und herzlich willkommen bei der HOMAG Plattenaufteiltechnik in Holzbronn. Mein Name ist Matthias Groß, ich bin Produktmanager und für die neuen Sägen der Baureihen Zortec S300 und S400 verantwortlich. Ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns sein können. Wir bei HOMAG erschaffen Produkte, die intuitiv und ergonomisch zu bedienen sind, das Leben unserer Kunden erleichtern und nachhaltig zu ihrem Erfolg beitragen. Für uns ist es heute ein ganz besonderer Tag, weil wir Ihnen die ersten Highlights unserer neuen Baureihen Zortec S300 und S400 präsentieren dürfen. Die neue Zortec Sägengeneration kombiniert Kraft, Schnelligkeit und zuverlässige Technik mit Intelligenz und selbstlernenden digitalen Funktionen. Dies zeigt sich unter anderem in einem erhöhten Leistungsniveau bei reduziertem Energieverbrauch und einer deutlich verbesserten Ergonomie. Wir setzen mit unserer neuen Zortec Sägengeneration neue Maßstäbe. Deshalb haben wir auch die Namen angepasst. Einzelsägen heißen jetzt Zortec S300 und S400. Zortec mit integriertem Hubtisch nennen wir von nun an Sortec S310 und S410. Winkelanlagen werden jetzt A300 und A310 bzw. A400 und A410 genannt. Hallo, mein Name ist Jonathan Kaiser und ich bin mitverantwortlich für die Entwicklung der neuen Sägen der Baureihe S300 und S400. Die Aufgabe für uns als Entwickler ist es, neue innovative Lösungen für unsere Kunden zu finden und die aktuellen Lösungen zu verbessern und weiterzuentwickeln. Natürlich können wir unsere Arbeit nur dann gut machen, wenn wir mit unseren Kunden sprechen und ihre aktuellen Herausforderungen kennen. Wir müssen verstehen, wie wir ihnen zum Erfolg verhelfen können und gleichzeitig erkennen, was ihrem Erfolg im Wege steht. Welche Sorgen sie sich um ihren Betrieb machen und wie wir ihnen helfen können, diese Sorgen loszuwerden. In den Gesprächen mit unseren Kunden tauchen immer wieder folgende Themen auf. Fachkräftemangel und flexibler Mitarbeitereinsatz, alternde Gesellschaft, Nachhaltigkeit und Energieeffizienz, Materialvielfalt und Losgröße 1. Fragen, die sich unsere Kunden in Bezug auf diese Themen immer wieder stellen sind. Wie kann mein Unternehmen in Zukunft mit weniger Fachkräften am Markt bestehen? Welche Lösungen können wir umsetzen, um den Herausforderungen einer alternden Gesellschaft und Belegschaft zu begegnen? Wie können wir unsere Produktion nachhaltiger gestalten? Zunehmende Materialvielfalt bringt immer neue Herausforderungen mit sich. Wie können wir uns schon heute auf diese neuen Herausforderungen einstellen? Wie können wir auf eine zunehmend individualisierte Welt reagieren und eine Produktion ab Losgröße 1 ermöglichen? Durch die Nähe zu unseren Kunden versuchen wir bei HOMAG genau diese Fragen zu beantworten und Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, die deren Bedürfnissen entsprechen und einem echten Mehrwert bieten. Lassen Sie uns mit der ersten Frage beginnen. Wie kann ein Unternehmen in Zukunft mit weniger Fachkräften am Markt bestehen? Da immer weniger Fachkräfte an unseren Maschinen arbeiten und aufgrund der steigenden Anforderungen an den flexiblen und agilen Einsatz von Arbeitskräften in den Betrieben, wird eine intuitive Bedienung der Maschine und damit eine schnelle Einarbeitung immer wichtiger. Gleichzeitig wird es durch das dadurch fehlende Detailwissen der Maschinenbediener immer schwieriger, die Maschinen optimal einzusetzen und effizient zu nutzen. Deshalb haben wir schon vor Jahren damit begonnen, die Komplexität an der Maschinenbedienung zu reduzieren. Zum Beispiel durch die Einführung von IntelliGuide. Das Bedienerassistenzsystem besteht aus verschiedenen Komponenten. Jede für sich verbessert die Abläufe ihrer Produktion. Zusammen verwandeln Sie die Säge in ein intelligentes System, das interaktiv auf den Bediener und seine Aktionen reagiert und ihn so optimal durch den Bearbeitungsprozess führt. Die Intelligenz steigt bei IntelliGuide mit jeder Ausbaustufe, sodass Sie genau die Lösung erhalten, die zu Ihren Anforderungen passt. Basis ist unsere Sägesteuerung CADMATIC 5, die über eine 3D-Assistenzgrafik verfügt, die dem Maschinenbediener alle Arbeitsschritte klar und übersichtlich anzeigt. Sie lässt sich intuitiv bedienen, was die Einarbeitungszeit verkürzt und Fehler minimiert. Die erste Ausbaustufe heißt IntelliGuide Classic. Sie unterstützt den Bediener mit einer LED-Leiste an der Schnittlinie. Neu ist, dass diese Version bei den neuen SORTEC S300 und 400 Maschinen bereits vorinstalliert ist und kostenfrei über Function Plus aktiviert werden kann. Dazu später mehr. In der zweiten Ausbaustufe IntelliGuide Advanced erhält die Säge zusätzlich eine Kamera und weitere Beleuchtung. In der höchsten Ausbaustufe IntelliGuide Premium werden Hilfestellungen direkt auf das Werkstück projiziert. Eine völlig neue Funktion in unserer Steuerung CADMATIC 5 ist QuickTip, der Assistent für eine optimale Nutzung der Maschinenfunktionen Ihrer Maschine. Schauen wir uns das mal detaillierter an. QuickTip ist eine neue in die Sägesteuerung integrierte Assistenzfunktion für höchste Qualität, Bedienkomfort und Leistung. Sie unterstützt den Maschinenbediener durch Empfehlungen für eine optimale Funktionsnutzung direkt an der Säge. Der Vorteil, alle Einstellmöglichkeiten und Parameter befinden sich zentral an einer Stelle, sodass der Maschinenbediener die Einstellungen mit nur einem Klick direkt umsetzen kann. Das erleichtert die Arbeit, sorgt für reibungslose Abläufe und gleichbleibende Qualität im Output. Für noch mehr Unterstützung sorgt dann noch unser Materialmanager Advanced. Er schlägt unter anderem automatisch die optimalen Parameter für Vorschub, Sägeblattüberstand oder die Drehzahleinstellung vor und das abgestimmt auf Ihre Materialien, Werkzeuge und Ihre Qualitätsanforderungen. In vielen Industrienationen sind wir mit einer immer älter werdenden Bevölkerung konfrontiert, was zwangsläufig auch zu einer älter werdenden Belegschaft in den Betrieben führt. Damit die Beschäftigten im Handwerk gesund und sicher arbeiten können, ist eine ergonomische Gestaltung der Arbeitsplätze unerlässlich. Jeder Bediener hat andere Bedürfnisse und Vorlieben bei der Bedienung der Säge. Wir haben dies berücksichtigt und ein flexibles, komplett dreh- und neigbares Bedienterminal entwickelt, das der Bediener genau an seine Bedürfnisse anpassen kann. Wir haben uns darauf konzentriert, das Bedienterminal so intuitiv wie möglich zu gestalten, damit sich der Bediener auf das Wesentliche konzentrieren kann, die präzise und effiziente Bearbeitung des Materials. Neben dem Bedienterminal haben wir auch die Wartung und Reinigung ergonomisch optimiert. Für einen ergonomischen Sägeblattwechsel haben wir die Zugänglichkeit deutlich verbessert. Außerdem haben wir Flanschablagen integriert, sodass die Flansche jetzt sicher abgelegt werden können. Apropos Sägewagen. Hier haben wir mit den gefederten Laufrollen und der Abplatzvorrichtung für den Lichttaster in der Grundausstattung ganz neue Maßstäbe gesetzt. Nachhaltigkeit ist längst kein Trend mehr, sondern eine Bewegung, die sich durch alle Branchen zieht. Sie beinhaltet einen bewussten und gleichzeitig effizienten Umgang mit unseren wertvollen Ressourcen. Durch die Entwicklung von effizienten und individualisierbaren Maschinen leistet HOMAG einen wichtigen Beitrag zur Steigerung der globalen Nachhaltigkeit. Denn wenn dauerhaft auf einem hohen Qualitätsniveau produziert wird, reduzieren sich Nacharbeit und Ausschuss auf ein Minimum. Bei der neuen Sägengeneration, der SORTEC S300 und 400, zeigt sich dies vor allem in der optimierten Späneerfassung. Dadurch konnten wir die benötigte Absaugleistung um bis zu 12% reduzieren, wodurch unsere Kunden wertvolle Energie sparen. Weiteres Plus, längere Standzeiten der Werkzeuge und geringerer Verschleiß der Maschinenkomponenten. Zudem haben wir uns die Maschinenabläufe angeschaut und die einzelnen Bewegungen nochmals besser aufeinander abgestimmt. So konnten wir die Wartezeiten und Bewegungsabläufe effektiv reduzieren. Das Ergebnis, die neue Baureihe SORTEC S300 und 400 erreicht bereits in der Grundausstattung bis zu 10% mehr Output bei gleichzeitig um bis zu 7% reduziertem Energieverbrauch. In Kombination mit einem Lager erreichen wir sogar bis zu 20% mehr Output bei 10% reduziertem Energieverbrauch. Mit unserer neuen Innovation Tolerance Check stellen Sie zusätzlich die Maß- und Winkelhaltigkeit Ihrer Teile sicher. Gerade bei spannungsbehaftetem Material eine elementare Funktion. Durch die Toleranzmessung Sie der Maschinenbediener bereits vor dem Queraufteilen, ob sich die einzelnen Teile innerhalb der von Ihnen geforderten Maßtoleranz befinden werden und kann effektiv darauf reagieren. Aber auch wenn die Teile innerhalb der Toleranz liegen, ist auf dem Etikett sofort ersichtlich, welche Seite zur weiteren Bearbeitung, zum Beispiel an der Kante oder CNC, am besten als Referenzkante geeignet ist. In Kombination mit unserem Spannungsfreischnitt wird das Toleranz Check als attraktives Qualitätspaket geben, das sicherstellt, dass Sie beste Qualität mit weniger Ausschuss noch effizienter produzieren können. Unsere Kunden müssen heute dynamisch, flexibel und mit hoher Veränderungsbereitschaft auf Markttrends und die sich ständig ändernden Anforderungen der Endverbraucher reagieren. Diese fordern heute individuelle Produkte zu einem günstigen Preis. Die Ziele scheinen sich auf den ersten Blick zu widersprechen. Die Vielfalt der Kundenwünsche führt zu einer hohen Produktvarianz, wodurch unsere Kunden eine hohe Materialvielfalt vorhalten müssen. Wir sprechen heute von Kundenindividueller Massenproduktion. Damit unsere Kunden schnell auf Marktveränderungen reagieren können, hat HOMAG Function Plus entwickelt. Function Plus ist unsere Modernisierung auf Knopfdruck. Heißt, unsere neuen Sägen, der Baureihen SORTEC S300 und S400, können mit Function Plus ganz einfach und schnell funktional erweitert werden. So wächst die Maschine mit ihren Anforderungen. Ab der Ligna können Sie diese Individualisierungsoptionen entweder kostenlos und unverbindlich testen oder direkt kaufen. Dazu müssen Sie Ihre Maschine mit Ihrem Tapio Account verbinden und können mit wenigen Klicks die entsprechenden Optionen kaufen und nutzen. Folgende Features können Sie im Sägebereich nach Bedarf über Function Plus beziehen. Ausschnitte und Spannungsfreischnitte, MMR Professional, die Datensicherung auf Netzlaufwerken und Comitec, wenn der motorische Vorrättssegenhub verbaut ist. Auch IntelliGuide Classic wird bei Function Plus zu finden sein, hat aber eine Besonderheit. Diese Funktion können Sie ganz einfach kostenlos und unbegrenzt aktivieren. Unser Geschenk für Sie zur Einführung von Function Plus bei den Zortec-Serien 300 und 400. Hallo, ich bin der Jan Riele. Ich bin hier bei der Firma Arthur Summen, GmbH und Guck AG. Angestellt macht bei uns Prima Möbelbau, bin aber auch fürs Marketing zuständig. Was für mich die Maschine von Comac einzigartig macht oder spannender als Wettbewerbsmaschinen ist, dass sie vom Handling her, von dem Aufbau, von der Bedienerfreundlichkeit einfach höher ist. Sie ist von der Software einfacher zu verstehen, auch wenn sie natürlich deutlich mehr kann. Das heißt, die Software ist komplexer, aber dafür ist sie auch trotzdem nach wie vor sehr, sehr gut symbolisiert und gut verständlich. Wir haben mehr Technik, die dahinter steckt. Wir können mehr Dinge machen, die wir davor nicht konnten. Sie erklärt es einem deutlich besser. Das heißt, die Prozesse sind einfacher an der Maschine. Und natürlich ist auch die Übergabe und das, was wir machen können von AV bis hierher, deutlich einfacher. Und das ist auf jeden Fall ein großer Gewinn an der Maschine. Hallo, ich bin der Michael Günther. Ich arbeite hier bei der Firma Summen hauptsächlich in der Produktion im Werkstattbereich. Also bei dieser Maschine muss ich sagen, die Produktivität oder das Arbeitsergebnis ist deutlich besser geworden und die Ergonomie von diesem Bildschirm ist deutlich besser. Also das ist zum Arbeiten für mich persönlich hier ein schönerer Arbeitsplatz, wobei ich das bewegen kann und mir den einstellen kann, wie ich den brauche. Das Team ist eigentlich begeistert, auch davon. Am Anfang hatte jeder Angst, dass er nicht mehr sägen kann, weil sie dachten, es wird zu kompliziert, einfach durch den neuen PC, einfach mit einer älteren Betrieb, die da einfach nicht fit waren drin oder nicht so sind. Die sind aber alle begeistert, dass es eigentlich in ein paar Minuten kann ich das eigentlich relativ allen herbeibringen, die Grundbegriffe von der Maschine oder die Grundbedienung zu bearbeiten. Was auch ein großer Vorteil von uns ist, dass wir uns für HOMAG entschieden haben, ist einfach die Kommunikation zwischen HOMAG und unserer Firma hier mit mir oder auch mit dem Herr Riele. Das ist einfach, wenn ich ein Problem habe, rufe ich die an. Wenn ich einen Verbesserungsvorschlag habe, wird man nicht gleich abgebügelt, sondern man hat ein offenes Ohr. Vielleicht wird das ein oder andere auch einbezogen. Das ist natürlich eine schöne Sache und eben, wie gesagt, das ist toll, wenn man einen Partner im Hintergrund hat, den man einfach fast rund um die Uhr erreichen kann. Ich möchte mich herzlich bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse an unseren neuen Sägen bedanken. Wir hoffen, dass wir Ihnen einen umfassenden Einblick in die Leistungsfähigkeit, Effizienz und Bedienerfreundlichkeit unseren neuen Sägen geben konnten. Wir bei HOMAG sind stolz darauf, unseren Kunden Produkte anbieten zu können, die höchste Qualität, Rezession und Nachhaltigkeit vereinen und gleichzeitig den Bedürfnissen einer sich ständig wandelnden Branche gerecht werden. Sollten Sie Fragen oder Anregungen zu unseren neuen Sägen haben, stehen wir Ihnen selbstverständlich gern zur Verfügung. Wir freuen uns auf den Dialog mit Ihnen. Auf Wiedersehen und bis bald! Untertitelung des ZDF für funk, 2017